Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Diesmal möchte ich Blumen gießen und zwar in Schwarz, Weiß und Gold und ich habe mir da meine Farben bereits angemischt und die erste Farbe, die ich hier verwende, das ist das Angel White von Laura's Art Corner, eigentlich von Luress, aber ich habe das von der Laura bekommen und das habe ich gemixt mit dem White Barrera, das ist ein Interference Gold auch von der Laura und ich gehe jetzt praktisch in so, ja, Art Zickzack, in einer Zickzack Spirale mit meinem Weiß in die Form rein, ich habe mir das Ganze in einem Spritzbeutel reingemacht, reingegeben, nicht reingemacht, uiuiui, Petra, Petra und gehe jetzt einfach in die Form entlang. Die Form ist die 2er Geode Form von Modes and Shapes und ich finde die echt genial. Also wenn man nicht immer Lust hat, vier Coasters zu machen, vier Untersetzer, da hat man zwei und die nimmt dann auch nicht ganz so viel Platz weg, richtig toll. Harz, was ich verwende, ist das Mastercast, da hatte ich noch einen Rest über und das hat genau gereicht für die zwei Untersetzer. Die Form ist nicht ganz voll, aber das macht nichts, weil die Untersetzer werde ich für meine privaten Zwecke verwenden. So, jetzt den zweiten Untersetzer auch mit dieser Zickzack Spirale. Ich habe mir das Harz übrigens in einem Wasserbad angemixt, dann habe ich es ein bisschen stehen lassen, so fünf Minuten, damit die Bläschen auch so ein bisschen an die Luft steigen und oder an die Oberfläche steigen und damit ich, ja, damit das Harz relativ klar ist. So, jetzt nehme ich mir meinen Schwarz-Mix und das Schwarz ist Resin-Tint Max, das habe ich bei der Stefanie Etter gekauft, sowie auch das Mastercast und das habe ich gemixt mit dem Molotow von Dippon. Das Molotow ist ein Superschift und ich finde die Effekte unheimlich toll. Ich weiß nicht, ob ihr das Video mit der Schale gesehen habt, was ich letztens gemacht habe. Ich glaube, das war sogar mein letztes Video. Das ist richtig schön geworden, also mit den Effekten, mit dem Schwarz und mit dem Superschift. Und ich gehe einfach mit dem Schwarz über mein Weiß. Also ich versuche auf jeden Fall, das Weiß immer zu treffen. Meistens gelingt es mir auch so. Ja, ich habe das Video diesmal nicht ganz so schnell gemacht wie sonst. Also ich habe es nur um eine halbe Umdrehung schneller gemacht. Ich möchte natürlich auch nicht, dass es zu zu lang wird. Aber es benötigt halt seine Zeit, bis man sein Design praktisch in die Form gegeben hat. Ich bin echt mega gespannt, wie das wird, das Schwarze auf dem Weiß zu gießen, wie die Effekte auf der anderen Seite sind. Ich finde das teilweise sehr, ja, sehr, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich bin sehr begeistert davon, wie sich das Ganze dann verblendet. So, jetzt habe ich hier mein Gold und das ist das Abu Dhabi. Auch von Dippon. Ist wirklich ein sehr, sehr Gold Gold. Also sehr, sehr auffälliges Gold. Und ich finde, das passt so zu dieser Jahreszeit sehr, sehr gut. Und ich habe gedacht, das ist auch wunderschön hier mit diesem Design und oder mit diesen Farben. Und ich gebe jetzt hier so am Rand entlang von den anderen Farben, von dem Schwarz und dem Weiß. Also ich versuche nicht, auf meinem Schwarz zu... Ja, wie nennt man das? Zu peipen. Auf Englisch. Oh je, oh je, oh je, Petra, Petra. Aber ihr wisst, was ich meine. Zu gießen. Obwohl, das ist ja nicht richtig gießen. Wie nennt man das mit dem Spritzbeutel? Oh je. So, und das mache ich jetzt auch für meinen zweiten Untersetzer. Und ich bin echt mal gespannt, wie sich das ausbreitet und ob sich das Ganze schön schließt. Zu dem Zeitpunkt jetzt, wo ich spreche, weiß ich noch nicht, wie es geworden ist. Ist mal was Neues. Sonst mache ich immer mein Voice-Over komplett hinterher. Aber diesmal habe ich gedacht, fang mal an, weil ich die Woche auch sehr beschäftigt bin. Und deswegen ist es schon interessant und ich bin echt mega gespannt. So, jetzt gebe ich noch Glassteinchen, goldene Glassteinchen in die Mitte. Die sind auch von der Laura. Einfach nur so ein paar in die Hand. Nicht ganz einfach, weil meine Handschuhe, die sind schon relativ klebrig. Aber es geht. So, und dann nehme ich mein Dotting-Tool und gehe einfach von außen nach innen, das Ganze achtmal und das für beide Untersetzer. Ich nehme mir da immer gerne so meine Zeit für. Ich bin sowieso nicht so die Schnellste im Gießen. Aber ich denke, das macht auch nichts. So, und das Gleiche mache ich jetzt für den Nächsten. Ich hatte noch überlegt, ob ich nochmal die Blütenblätter von innen nach außen ziehe und praktisch so spitzen mache. Aber ich habe gedacht, nein, ich lasse das so, weil die Blütenblätter auch richtig schön der Geodeform folgen. Irgendwie, ja, wollte ich mir das Design dann nicht zerstören. Deswegen habe ich auch diese Zick-Zack-Linien gegossen. Und dann mache ich gleich noch einen kleinen Wirbel. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich den Wirbel überhaupt mache, aber ich habe ihn dann doch gemacht. Mal eben mit dem Bunzenbrenner drüber. Hier natürlich immer vorsichtig sein. So, und dann kommt gleich noch die Nahaufnahme. Und das ist ungefähr eine halbe Stunde später. Und da könnt ihr sehen, wie sich die Blütenblätter schon so geschlossen haben. Entschuldigung, dass das so ein bisschen nicht immer scharf ist, aber irgendwie mit dem Goldenen hatte ich so Probleme, das Ganze in die Kamera so richtig aufzunehmen. Aber ihr seht, ich bin echt gespannt, was dabei rauskommt. Okay, wir sehen uns morgen fürs Entformen. Für euch ja nur eine Sekunde. Für mich ist es morgen. Und ich sage es mal, bis dann, bis zum Ausformen. So, und das ist jetzt der nächste Morgen. Also es ist ungefähr zwölf Stunden, nachdem ich gegossen habe. Mit dem Mastercast geht das. Die sind auch richtig gut ausgehärtet. Und ich bin echt gespannt. Also das Gold, das scheint. Und ja, aber lasst uns einmal schauen. Und schaut mal. Wow. Das ist nur ganz, ganz dünn gegossen. Das ist vielleicht vier, fünf Millimeter mehr nicht. Aber die haben so eine Tiefe. Das ist Wahnsinn. Und auch dieses Molotow. Und zuerst habe ich das Gold gesucht. Aber das Gold, das schimmert richtig schön durch. Doch gefällt mir sehr gut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Das ist jetzt das Endresultat von dem einen Untersetzer. Und ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Immer über einen Kommentar. Ihr wisst das. Und ja, wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Ich sage mal, bis zum nächsten Video. Tschüss und eure Petra. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020